Sie wollen Ihren Schülern im Sportunterricht eine neue Herausforderung geben? Wir stellen Ihnen den FritzFit Orientierungslauf vor. Da geht es um Orientieren, Konzentrieren, Merken und natürlich Bewegung. Folgendermaßen wird gespielt. Je nach Streckenplan steuern die Schüler vom Ausgangspunkt die ausgelegten FritzFit-Karten an. Die Karte wird aufgedeckt, Ihre Zahl gemerkt und zurück am Ausgangspunkt wird der Wert in die Kontrollkarte eingetragen. So schnell und exakt wie möglich. Wenn alle Karten am richtigen Ort aufgedeckt und Ihre Zahlenwerte korrekt eingetragen wurden, ergibt sich die richtige Gesamtsumme. Die Gruppe, die zuerst alles richtig hat, gewinnt. Weitere spannende FritzFit Bewegungsspiele finden Sie im Wiemann Lehrmittel Online Shop.